Was zum Doppel macht ihr denn da? Wer patrouilliert denn auf dem Gelände? Hab ich schon mal gehört, oder? Die Frage ist, was mach ich? Wenn ich wüsste, wo ich hin soll. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Ich will das nicht mehr hören. Ich will nichts, etwas ausruhen, würde mir gut tun. Hm. Meistest du denn nicht die frühen Klingeln? Ich werde wohl nur meine Fantasie gewesen sein. Ich will nicht die Spezialabteilung um sie kümmern. Ich spreche von echten Ratten mit Wann-Zonadeln. Hm? Was war das? Hey, wer ist da? Du M... Ach, Leute. Das können wir doch ver... Ah, naja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Oh, oh, oh. Hm. So. Wir wollen da durchschleichen. Und wir wissen nicht wie. Und ich weiß nicht, wo ich hinkomme. So. Zack. Schleichen. Zack. Der Anfang ist blöd. Jawohl. Ivan, bleib. Hast du dich um diese Ratten gekümmert? Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache. Aber wir können Leute doch nicht lebendig verwenden. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Das ist ein Ding. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Zahran! Welche Flüge gesagt? Wenn ich komme, noch nach mir gucken. Nicht schlafen, verdammt Engel! Die haben sie vermisst wie verregt, als er die Klaas und der Lede gedass. Zack, zack! Jawohl! Oh, f***. Oh, ich kleine Biste! Jetzt könnte ich aber... Nein, Genosse Kommandant, der Quartier mal vergibt mir nichts und unterzeichnet auch keine Papiere, solange du nicht darfst. So, Herr, mit dem Quartier, sag ihm, wenn er nicht heute noch seine Waffe erhältst, geht ihr beide in den Knast. Irgendwas passiert, es ist nicht aufzuweiten. Wer ist da? Scheiße, entweder drehen meine Ohren durch oder da draußen ist sie an. Scheiße, ich weiß doch nicht wie. Wer ist da? Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erklärung empfange. Na, wird wohl nur meine Fantasie gewesen sein. Wenn ich wüsste, wohin... Gibt's hier noch irgendwas anderes? Gibt's hier noch irgendwas anderes? Gibt's hier noch irgendwas anderes? Ach, ich hab's die ganze Zeit angemacht. Ne, Quatsch, was ist das? Das kann kein... Verdammt sei dieser Krieg! Verdammt! Verdammt sei dieser Krieg! Verdammt! Alter! Ich bin nicht mal rum. So, dreh dich um, bitte. Na? Ach, das war schön. Der kommt genau hier hin. Der kommt genau hier hin. Was? Wer ist da? Scheiße! Entweder drehen meine Ohren durch oder da draußen ist jemand. Was für eine! Och, komm jetzt! Jetzt! Okay. Ach komm, wir warten hier einfach mal und gucken, ob wir es da so schaffen. Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Hab ihn unter Beschuss! Und zingelt ihn! Und zingelt ihn! Und zingelt ihn! Ich wollte das nicht, verdammte Scheiße! Ja! So! Letzter! Ich bin getroffen! Halt ihn unter dem Schuss! Es hat doch keinen Sinn. Aaaaaaah! Ja, 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 ja. Genau. Das ist er. Oh, fuck. Ich hab keine Ahnung, wie ich da durchkommen sein soll. Ja, ja, Movement-Legastheniker, das stimmt. Ja, ja, schon, klar. Ich hab dich sofort erkannt. So. Also. Erstmal alles ausmachen nochmal. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache. Aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wie wählst du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Weißt du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabfällung um sie kümmern? So. Der wird jetzt sich um die Ratten kümmern. Dann auch hier lang kommen. Ich versteck mich wieder. Der kommt da lang. Und den kann ich dann relativ ungesehen ausschalten. Aber wie geht's weiter? Da ist er. So. Mhm. So. Was ist mit ihm hier? Den müssen wir da stehen lassen. Da ist es zu hell. So. Bis jetzt hat noch keiner irgendwas bemerkt. Frage ist. Sollen wir es echt mal mit dem? Nee. Ich habe den Befehl, euch allen ein paar Aufmerksamkeit zu teilen. Das hätte ich nicht verstanden. Was ist passiert am Rekt? Der Bau ist in der heißen Pfade. Und denen fehlen Leute. Also setzen sie uns darauf an. Ich verstehe. Na dann. Geh und gib den zwei Faulpadsen etwas zu tun. Jawohl. Und du such dir auch eine Beschäftigung. So. Da bin ich. Niemand ist hier. Also Leute. Sieg so aus, uns wären wir entschlossen uns arbeiten zu lassen. Suchen wir uns schnell eine Beschäftigung. In der Nacht. Ich freue mich, ihr ein paar Kiste akzeptieren. Klasse. Ich versuche hier auch zu sehen. Wer hat diese Kiste gestanden? Verschissene Anstrengung. Rollen wir die Handelsen. Dann wollen wir unsere Entschuldigungen nicht hören. Fuck. Okay. Soweit war ich bis jetzt noch nicht. Warum? Warum konnte ich den nicht ausschalten? Fuck. Ja, jetzt geht's. Toll. Dankeschön. Ah. Ja, das soll so dunkel sein. Das ist richtig, ja. Das soll so dunkel sein. Ah, fuck. So, aber ich war schon ein gutes Stück weiter. Was zum Dunkel macht ihr da? Wer patrouilliert denn auf dem Gelände? Ich alleine? Na los, an die Arbeit. Ihr alle. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache. Aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wofür? Was ist das denn? Erschießen? Wie bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüge? Kimmert. Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern? Ich spreche von echten Raten, Tranzeladen. Na, das wird wohl nur meine Fantasie gefördert sein. Ihr habt mich verregt. Also, hey, 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 was solltet ihr? Ja, wo? Hm. Das ist die verdammte Zyklus. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkettung einfange. Das sind zwei Farben. Ja, das wäre gut. So, zum zehnten Mal, aber egal. So, und jetzt außenrum. So, dass der mich nicht sieht. Was ist passiert, André? Der Bau ist in der heißen Fahnen, und den Befehl weiter. Also, setzen Sie uns darauf an. Ich verstehe. Na dann, geh und gib den zwei Fallbäzen etwas zu tun. Jawohl. Und du such dir auch eine Beschäftigung. Okay. Okay. Habe ich alle schon tausendmal gehört. Oh, bitte nicht. Ich will nicht schon wieder. Ja. Was war seltsam. Ja, ja, die merken es alle, dass ich da bin, aber sie sehen mich nicht. Ich habe denen so gewittelt. Ich bin nicht da. Okay. Okay. 3, 4, 10. 3, 4, 10. Mhm. Wo sind denn lieber auf die Schilder, die Papa-Pama? Scheiße. Was war das? Alter. Es ist echt... Also, ich kann es mir doch nicht nur eingebildet haben. Doch, doch, kannst du. Nur eingebildet. War nichts. Wo ist der denn? Fuck. Hau doch... Hau ab. Ich stehe hier verkehrt. Bitte nicht. Jetzt wissen wir, dass ich den Onkel nicht ausschalten kann. Ach, Gute. Das ist doch nicht wahr. Auf den Letzten. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Ah, jetzt geht das schon wieder los. So, dann halt eben so. Ist ja in Ordnung. Komm raus. Man kann es schaffen ohne. Ich nicht. So. Schleichen. Wie war's? Wollte mich verarschen? Alarm, Sie sind hier! Verdammt! Blöde Scheiße! Nein! Hat ihn jemand gesehen? Versteigt sich, hm? Hey, du Kapitalist! Er gibt dich! Du bist um Single! Was bin ich? Das ist aber noch nicht. Wir finden dich vielleicht. Was weiß nicht. So. Okay. So viel zu Stealth. was kannst du hier jetzt scheiße wassup wieso ist da eine Bombe gewesen? ja, Klavier, genau fuck sagt mir bitte nicht, dass ich nicht hierher muss wow oh 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 So, ich habe es, ihr wisst es ja, ich habe es mit Stealth probiert. Ich habe es, ne, ihr habt es gesehen, ich habe es probiert. Aber wie beim Metro immer, irgendwann kommt man anders besser durch. So. Frage ist, wo muss ich hin? Ich sehe, wo ich hin muss und da gehe ich auch hin. Jawohl. Können wir da was machen? Nein. Da fällt man nur runter. Hallo? Wie das? Hallo? Wieso schießt da jemand? Woher soll ich das wissen? Was? Nein. Nein. Versteck dich. Okay. Äh, ja. Das ist doch eine Todesfalle. Machen wir ihn doch zum Shooter. Ja, ist in Ordnung. Dann können wir auch die Kralasch nehmen. Oder die? Ach, das ist hier. Hier. Ich weiß, wo wir sind. Scheiße. Na, super. Wer sie... Ich weiß nicht, wie viele es noch sind. Fuck. Ich weiß es doch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und noch einer weniger. Neues Magazin. Frennen. Wieso hängt der jetzt? Ein toter Alarm. Ach komm, raus. Achtung, wir haben Gesellschaft. So, wo ist der letzte Speicherpunkt? So, erst nochmal orientieren. Ah, okay. Schlüssel. Ich weiß nicht wie ich eben gerannt bin, aber das da ist besser. Ach so, da hätten wir gleich hinkommen können. Oh, ich bin so doof. Alles klar. Jetzt weiß ich die Lösung von eben. Alles klar, lieber Smilox. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Nein. Wieso nicht? Ich hab doch einen Schlüssel. So. Das ist jetzt schon die dritte, ne? Ja. Das war das hier, was wir nicht ganz so ehrenhaft geschafft haben. Nein, nein. Nein, 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 nein. Was war hier lang nochmal? Da waren wir hier. Oh Gott, oh Gott. Oh, ist die mit? Die ist die mit? Oh, mit Schalldämpfer. So, da hoch brauchen wir nicht. So, wo ist denn der andere? Den kriegen wir nicht auf diese Art und Weise. Das war kein Schalldämpfer. Ist aber auch egal. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das brauche. Nein. Ja. Ja. So, hier scheint es recht sicher zu sein. Die Frage ist aber, was machen wir? Wir machen eine Folgenpause. Ja. Bis zum nächsten Mal.